Ich studiere hier an der Cusanus Hochschule im Master Ökonomie, Nachhaltigkeit, Gesellschaftsgestaltung. Ökonomie mit Schwerpunkt Sozialverantwortung. Ökonomie, Nachhaltigkeit und Gesellschaftsgestaltung im Master. Ich bin 72, damit der englische Student hier an Bord. Der Zustand der Welt treibt mich an. Seitdem ich denken kann, treibt mich Gerechtigkeit an. Dann hat es bei mir Klick gemacht, es war wie so ein Aha-Erlebnis, dass es da noch eine viel größere Anzahl an Möglichkeiten gibt, Ökonomie zu denken. Dass es eben nicht nur diese Ausbildung ist, sondern wirklich Bildung, die von innen herauskommt, weil alle Themen wirklich interessieren. Dann kann man selbst in eine ganz andere Position gehen, die Welt, wie sie heute ist, zu betrachten. Und ich wünsche mir natürlich, dass auch unsere Studierenden tolle Wirkungsfelder finden.